Du hörst Hoffnungswirtschaft mit Walter Niefeld. Liebe Freunde, liebe Brüder, liebe Sester, wir leben in einer Zeit, wo ein geistlicher Schlub über die Menschheit gekommen ist. Über die ganze Christen ist ein geistiger Schlub gekommen. Jesus redet von diesem Schlub und hat das Beispiel gebrückt von den Tieren, von Jungfrauen. In Offenbarung, Kapitel 3, Vers 2, redt die Bibel, dass wir wöken sollen. Das ist eine Zeit, dass wir wöken, nicht einschluben. Wöken bedeutet, dass wir immer weiter Gottes Wut lesen, dass wir beten, dass wir im Spiel sitzen, ob wir das Wut leren, ob wir das auch tun. Wachsam sein bedeutet, dass wir ganz dicht bei Jesus sind. Er kann uns dem geistlichen Schlub verdrehen und dass wir brennen mit dem Feuer. Die Bibel sagt im Selschen Versch, dass wir die Dinge, die ausgestorben sind, dass wir dann nie das Leben inbringen. Und wenn wir groß Jesus am Wort haben, dann würden wir alle Menschen davon vertellen, was wir mit Jesus erlebt haben. Dass er uns unsere Sünde vergeeft hat, dass wir frie geworden sind. Und wir freuen uns darüber. Aber wenn die Jahre vergangen sind, dann schlappt das langsam an. Wir haben uns an der Gemeinde gewarnt, wir haben uns am Christenleben gewarnt, wir machen uns in der Mauer-Ondacht, lesen wir vielleicht Kländerblatt, zum Freistück eten, da waren wir einst hier dort, was er gaudet, in Bede, zum Eten, zum Schlupen, und so weiter. Aber wir haben nicht wirklich in Vier dort für Jesus brennen. Herr Jesus, weid du uns ab. Du kast die Kraft, mit deinem Geist, uns als Dinge, zu gehen ab zu warten. Und dass die Gouden sagen, die bei uns in die Schlupen sind, oder bei dem in Schlupen sind, dass die auch abgewägt wurden. Dass wir da vier an uns am Worten sind, vier verdienen. Vier verdienen rich, verdienen heilige Nome. Dass die wie brav, tschene von dich, was er rede. Das bete ich an dienen Nome, Herr Jesus. Amen. Warte im nächsten Mal, mit Hoopnungsbotschaft. Das war eine Produktion von Jesus Responde, al Mundo de hoy. Töp, mocht wie den Nome Jesu gerade schriebe über Paraguay in der Welt. Kontaktie uns in ja info arroba jesusresponde.com Warte im nächsten Mal, Vielen Dank.